1, 2, 3! Wir freuen uns auf den Frühling! Es fällt am Frühling, dass alles neu, frisch ist und Hoffnung macht auf das, was noch kommt und man das Gefühl hat, alles ist möglich. Sommer, Blumen und Eiskirchen, was will man mehr? Ja, weil einfach die Natur wieder erwacht, es wird wärmer, die Blumen blühen, Vögel singen, also alles, das Leben erwacht wieder. Einfach wieder durchspringen!